Was geht ab? Max, guten Morgen! Morgen! So, jetzt kommt gleich der Daniel Buchmüller. Daniel Buchmüller ist Masterclass-Teilnehmer und der hat heute seinen Vortag in der Autowelt. Ich habe gerade meinen sehr guten Verkäufer, dem Dennis, gratuliert, weil er heute Morgen schon eine B-Klasse verkauft hat. Und ich glaube, mit Stefan kann ich auch gratulieren. Allgemein kann ich jedem gratulieren, der hier arbeitet. Das ist ja wahrscheinlich auch mir. Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, 11 Uhr. Ja, in jedem Moment müsste es soweit sein. Dann ist der Daniel da und ihr begleitet uns einfach ein bisschen in dem Tag. Wir schauen uns die Autowelt an und da lernen natürlich die Teilnehmer alles, was abgeht. Dann haben wir noch ein bisschen Sorgegespräche. Wir gehen zusammen Mittagessen und ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Jetzt, Jungs, kommt rein. Jetzt, hei Daniel. Hi, guten Morgen. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber ja, wir haben ja heute den Termin, habe ich gedacht. Genau. Fakt, habe ich den Teil nicht vergessen, aber du warst gleich beim Prober. Ich war gleich beim Prober, genau. Sehr gut, okay. Hat er dich angesprochen oder was? Ähm, das ist reingenommen. Okay, wunderbar. Das passt. Die Kamera ist unser ständiger Begleiter, das ist der Max hinter der Kamera. Okay. Genau. Ja, ich würde sagen, wenn du willst, wir können einmal hochgehen. Ja. Und dann ist es so, wir gehen 11.17 Uhr, genau, wir gehen Richtung Zölfe was essen. Ja. Ja. Danach haben wir noch mal ein bisschen Zeit und ja, kommen wir uns alles an. Klar. Super. Sehr gut. Einfach bewusst herbeilgeführte Bereiche, wo der Kunde seine Ruhe hat, dass er länger hierbleibt und nicht sagt, ja, ist okay, aber ich gehe nochmal heim und ich gehe geschwind zu McDonalds was essen, sondern können in der Wuchtzeite sitzen, nach der Probefahrt wird das Auto direkt vor die Nase gestellt, können Sie auch noch ein bisschen was anschauen. Dann habe ich da. Ja. Immer mal wieder auch Treffpunkt für die Verkäufer und Außensprechanlage, hast du gehört. Ja. Da kommen alle 20 Minuten geile Bandansage, zwei Minuten, mit allen Services, was wir so anbieten. Ja. Vielleicht jüngeres nachher, wenn wir ein Mobil haben, genau. Dann müssen Sie bewusst nachfragen, die Anlage? Ja. Ja. Wie kam es dazu? Ich habe gedacht, wenn die Kunden da sind, informieren wir sie bestmöglich. Ja. Und alle Kunden werden hier eigentlich immer sehr schnell angesprochen, aber es kann natürlich immer mal sein, okay, wenn drei Verkäufer alle doppelt im Gespräch, dann kommen noch mehr Kunden. Es ist halt möglich einfach, dass die Stimmung hier locker ist und dass man eine Info kommt. Das anläuft auch Musik. Ah. Genau. Ja. Susanne. Ja. Susanne Weg. Okay. Ja, Katarina Assistenz. Hier ist schon eine Assistenz. Und hinten immer an Kultzen. Susanne Weg. Dann Wasser. Was ist denn Wasser? Was ist denn Wasser hier? Erklär das mal. Kannst du das? Nein, oder? Okay. Jeder Kunde, der hier ein Auto kauft oder verkauft oder jeder neue Mitarbeiter, der seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, muss passern, dann klatscht einmal die ganze Firma und das macht den Leuten Spaß. Cool. ein Video-Kauf ist, muss ein Erlebnis sein. Das machen die Leute alle, alle paar Jahre und deshalb dafür ist der Wasser. Laura Tobi, Masseglas Verkäufer Schild oben. Laura ist im Kanz Assistenz. Hier sitzt der Dennis. Verkauer. Das ist ein geiler Roller, der wird so lässig benutzt. Ich bin gespannt, wen es als erstes legt. Alle Verkäufer haben einen Bildschirm. Und zwar, da laufen immer Bilder und Bewertungen, immer Bildbewertung, Bildbewertung. Dass die Leute einfach wissen, ihr seid hier richtig, euresgleichen sind hier glücklich geworden. Und deshalb, das hat sich schon als ganz gut erwiesen. Ja. Das zeige ich dir aber gleich von oben. Hier ist dann Fahrzeugbeschaffung, wenn Kunden herkommen. Und hier hinten in dieser ganzen Box sitzen Fahrzeugbeschaffung. Und so weiter und so fort. Da haben wir. Matthias, wie viel Fahrzeugbeschaffung habt ihr eigentlich? Fünf. Für diese fünf Stunden. Ja. Genau. Dann habe ich das überholt. Wo können wir uns die Preisauszeichnungen und empfangen. Und ja, hinten ist eigentlich nur ein Tresor. Hier geht's schon wieder raus. Du siehst, das ist hier alles recht effizient gehalten. Kompakt. Kompakt und effizient. Wir sind nah beieinander. Die Energie ist nah beieinander. Und wir haben immer natürlich mit Blick auf die Kosten. Hier ist unsere kleine Walk of Fame. So ein bisschen der Werdegang von, wie hat das irgendwann mal angefangen. Und das war im Industriegebiet. Den Standort haben wir immer noch. Und dann was halt so nacheinander so ein bisschen passiert. Es sind ein paar Bilderräume fehlen. Es sind dann immer wieder neue Dinge passiert. Und das ist ganz wichtig. Wir warten nicht bis es passiert. Wir machen, bis es passiert. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, so ist es. Genau. Stefan hat mal den Rekord hier geschrieben mit 49 Fahrzeugen im Monat. Okay. Genau. Das war gut. Das war gut. Ja, denn ich sage. Gehen wir einmal hoch und gucken. Jawoll. So. Die Zucasi ist eine geile S-Trikologe. Und die habe ich für meinen gute Freund Fabio Limpe gekauft. Liebe Grüße an den Fabio. Genau. Die habe ich für nie im größten Motorrad-Titel in Europa. Richtig. Weil er eine Löffelplanung ist. Dann hier sitzt die Laura. Weil die Laura ist am Empfang und auch zeitweise im Personal. Das war ja. Sandra ist Einkaufsleitung. Dahinter sitzt der Jonas. Genau. Dann die zwei Tische sind einmal Videograf. Das ist meine Frau hier. Dann, der da gerade schreibt, ist der Kevin-Fahrzeugbeschaffer. Dahinter sitzt der Anni. Grüß dich. Dann Timo-Fahrzeugbeschaffer. Der darf hinten sitzen bei meinem guten Rasenmäher. Nagelneue Husqvarna. Hör mal. Mit Knicklenkung. Nur, dass ich es mal gehört habe. Ganz enge Greife-Fahrzeug. Dass ihr es wisst. Und da sitzt der Tobi. Der betreut Masterclass-Kundin. Genau. Ja, ja. Ja. Also von dem her. Das war mal als Werkstatt geplant. Deshalb sind ja auch Tore. Echtglas-Hörwand-Tore sind da drin. Aber ich habe während der Bauphase gemerkt, Fakten sind zu klein. Das wird einfach zu klein. Ja. Und deshalb habe ich jetzt alles Büro und Werkstatt ausgelagert. Okay. Der Ankervertrag ist hinten dran. Und das ist da der Blatt, wo was ist vereinbart. Und dann gehen die Dinger zum Inserieren. Genau. Ja. Genau. Hier oben sitzt noch meine zweite Assistenz. Die Leonita. Die sitzt jetzt hier. Und hier kommen wir zu mir. Das Büro. Die Zeichen des Fans. Genau. Das hast du vielleicht schon das ein oder andere Mal... Ah ja. Das ist natürlich auch interessant. Kollegen spurlos verschwinden lassen. Hat mir hier jemand auf den Tisch gelegt. Ah ja. Der Bestseller von... Aber von wem? Okay. Da steht also gar nichts drin. Ich weiß nicht. Was das bedeutet. Keine Ahnung. Warum und wieso aber. Kollegen spurlos verschwinden lassen. Ja. Also wir haben bei der Autorwelt kein Problem. Kollegen verschwinden zu lassen. Aber nicht spurlos. Sie sind ja noch irgendwo. Ja. Alles gut. Aber ja. Interessant gucken wir uns an. Ja. Wer seid ihr und was macht ihr? Wir sind die Autorwelt Buchmüller in Nersingen. Nersingen liegt im wunderschönen Bayern in Neubel. Und wir sind vertrieb tätig. Vertrieb im Autohaus. Heißt in dem Falle. Wir verkaufen gebrauchte Fahrzeuge. In Zahlungnahme. Leasingrückläufer. Ja. Das machen wir. Welche Größe hat eure Firma? Unsere Größe hat momentan das Verrecht überschaubar. Fünf Mitarbeiter davon 30 Fahrzeuge im Distanz. Regelmäßig von 25 bis 35 Fahrzeuge. Und eine Fläche von ca. 200.000 Quadratmeter. Wir werden aber die CCR sukzessiv den Vertrieb auffahren. Das heißt so ca. 60 Fahrzeuge werden dann im Bestand sein. Und ja. Ein guter Mix aus jungen gebrauchten Fahrzeugen mit Zahlungnahme. Leasingrückläufer. Wie bist du auf Matthias gekommen? Das ist eigentlich witzig. Ja. Social Media hauptsächlich. Matthias ist da ja natürlich Instagram und Facebook sehr sehr groß vertreten. Man sieht immer wieder mal Beiträge von ihm. Hat mir sehr sehr gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, okay komm, melde dich doch einfach mal bei Matthias. Und ja. So sitzen wir heute hier. Wieso hast du dich für die Automobilvertrieb Masterclass entschieden? Ich habe immer wieder mal so kleine Video von Matthias gesehen gehabt. Habe auch durch Empfehlung von einem, der schon da drin ist, gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Und ja. War sehr sehr angetan. Auch Matthias, der Wertegang, der ähnliche wie bei mir. Wir waren selber angestellt im Auderhaus. Und haben uns dann selbstständig gemacht. Heißt Matthias hat in dem Falle die Hürden, nenne ich es jetzt mal, von Anfang an durchgenommen. Und ja. Dann habe ich gesagt, okay. So lernt man in dem Falle von einem Profi. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, entscheide ich mich für die wahrste Platz bei Matthias. Was waren deine drei größten Learnings? Meine drei größten Learnings waren gerade, wie geht es weiter, wenn man nicht weiter weiß, muss man sagen. Das heißt in dem Falle gerade auch der Vertrieb aufzubauen. Personal ist zum Beispiel auch so Sache, wo ganz, ganz, ganz wichtig ist, kostendeckend arbeiten. Heißt in dem Falle zu schauen, dass die Kosten im Rahmen bleiben. Das kann man sagen, war hauptsächlich diese Learnings. Was wirst du, dein Unternehmen, zusätzlich verdienen durch die Änderungen? Also was ich zusätzlich verdienen werde, ist ganz klar mehr Lebensqualität. Auch durch Matthias habe ich gelernt, wie die Mitarbeiterprozesse bzw. wie wir ins nächste Level starten. Ja, also ich habe es vorher immer alles alleine gemacht. Dann habe ich aufgebaut, das Ganze mit zusätzlichen Fahrern, mit einer Aufbereitung etc. Pipapo, jetzt auch mit unserer neuen Vertriebsassistenz, wo dann im Januar dann zukommt. Und ja, da habe ich dann gemerkt, okay, hier habe ich natürlich dann deutlich mehr Lebensqualität. Und natürlich finanziell, das ist natürlich auch anders gestellt nachher, wenn man mehr Zeit hat, sich nachher um die wichtigen Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel der Einkauf und Verkauf. Würdest du die Automobilvertrieb-Masterclass weiterempfehlen? Wenn ja wem? Machen wir gerade mehr Wochen etwas. Ja, tatsächlich würde ich sie weiterempfehlen und eigentlich muss man dazu sagen, zu jedem. Also es ist ja so derjenige, der sagt, er möchte in den Automobilhandel gehen, Vertrieb selbstständig machen, wo noch nicht selbstständig auch ist und dementsprechend nachher wirklich professionelle Hilfe, ich sage jetzt mal, sucht. Dem empfehle ich das ganz klar. Jemand, der was reisen möchte und sein eigenes Automobil aufzubauen. Was hat euch der Vor-Ort-Termin von Matthias gebracht? Gut, man hat natürlich erstmal den Matthias auch live gesehen, also nicht nur über die Social-Media-Kanäle, sondern hier live. Wir haben alle Bereiche von Matthias dementsprechend auch anschauen können. Und natürlich was auch für mich ein weiterbringender Aspekt ist, nachher die ganze Skalierung, sprich in dem Falle den Aufbau vom Automobilhandel noch weiter in dem Falle voranzubringen. Ja, auch dementsprechend das eine oder andere mitzunehmen, was man in seinem Unternehmen auch mit einbringen kann. Euer Fazit? Mein Fazit ist auf jeden Fall, derjenige, der immer noch überlegt sich anzumelden bei Matthias, der sollte schleunigst tun, weil jede Zeit, wo er im Falle vor Gold beziehungsweise verloren lässt, diese Zeit ist wahres Geld, muss man dazu sagen, und auch ein Mehrwert. Deswegen gebe ich euch einen Tipp, meldet euch so schnell wie möglich an, schaut euch das hier vor Ort auch an, macht Gespräche mit Matthias, da könnt ihr in dem Falle von einem Profi wirklich lernen. Vielen lieben Dank. Geil.